Willkommen zu einem neuen Video von 360Football. Heute ein Abschluss-Stürmertraining mit Samuel Krasnici. Gehen wir direkt in die Übungen. Alles Offensiv-Übungen und Abschlüsse. Let's go! Ziemlich gespannt! 1, 2, 3, 2, Rot, Gelb, Rot, Wiss, Schwarz, 2, 3, 1, 1, 2, Ja, komm! Yes! Super! Sehr gut, sehr gut! Komm, nach dem noch einer! Komm, der letzte! 1, 2, 1, mitnehmen! Zu mir! Aufmachen! So, nimm mal eine Handkaffe. Jawohl! Okay, gut probiert! Sprint, sprint, sprint! JJCH2 Jawohl! Und kommt zu! Dreilaufen! Ja! Komm! Mach ich noch, mach ich noch! Aber zieh, zieh, voll vor den Gegner, komm! Jawohl! Reinhardouren, ja! Komm! Hecht noch! Yes, schade, schade! Jawohl! Und vor den Gegner, komm, komm, komm! Jawohl, reinhardouren, ja! 3 Weiter, weiter, komm! Noch mal voller Sprint! Yes! Und ja! Jawohl! Genau das! Schön gemacht! Jawohl! 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 Gut, gut! Und voller Sprint! Komm, komm, komm! Weiter! Jawohl! Hinnardouren, komm! Schnellem! Ja! Ja, ja, ja. Ja, ja. Das war's mit dem Video mit diesem jungen Mann hier, diesem Talent Samuel Kasnici. Ihr wisst Bescheid, kommentieren, liken, das Video natürlich teilen und abonnieren. Yes. Ja, Leute, verfolgt ihn. Unten in der Videobeschreibung seht ihr den Link von seinem Instagram-Channel. Ja, mal schauen, wo er hingeht. Da sind wir gespannt. Vielen Dank, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.